Schauen wir mal uns noch hier ein bisschen in der Umgebung um, ob wir vielleicht noch ein Brettel finden oder sowas. Da haben wir aber den Mark. Jetzt schauen wir uns mal den Jägerzaun hier mal an. Was haben wir denn hier alles? Eine Säge. Da dachte ich gerade, dass ich noch was anklicken konnte. Ein Brett. Machen wir das doch einfach mal völlig ungefragt. Machen wir das doch einfach mal völlig ungefragt. Ich mag einen Mann, der ein paar Initiativen nimmt. Ja, geh direkt hin. Na also, dann bauen wir jetzt mal die Schaukel erst mal zusammen. Sieht gut aus. Wir sind davon, dass da ein Nagel drin steckt von der anderen Seite. So, Brett und Linksbums, äh, äh, Seil haben wir jetzt im Inventar. Zusammen mit einer großen bösen Axt. Wir waren also bereit, ein Kinderspielzeug zu bauen. Na komm. Schauen wir mal, ob er das auch hinbekommt. Alright, this shouldn't be too tough. Tch, sagte der Akademiker. Oh. Well, I'll be damned. Mama's gonna be thrilled to see that old swing all fixed up. Hopefully our kids will like it, too. Did you say something, darling? Oh, my goodness. Did you do that? Just trying to help out a bit around here. You know, I used to push Andy and his brother out here on that swing every night, when they were kids. Seems like such a long time ago now. Yeah, it does. Ich hatte auch eine Schaukel als Kind im Garten. All fixed. That should make everyone happy. Schaukeln sind ja auch cool. Auf jeden Fall. Na gut, dann reden wir jetzt halt mal mit... War es jetzt Danny oder Andy? Ich glaube, Danny ist hier da draußen, der Junge. Äh, der Typ. Können wir hier... Ah, das können wir noch benutzen, das Tor hier. Ich will das mal selber ein bisschen gucken. Hey, äh, was are you fixing to do around the barn? Hm. Just trying to find more ways to help out. Well, I appreciate that. Tell you what? Mhm. We'll find you something to do over there, after we get back from securing the perimeter. Sounds good. Dann machen wir halt jetzt erstmal das. Haben wir jetzt alles erledigt. Dann checken wir jetzt mal den Elektronzaun ab. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back in the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? No one fucks with us. Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count on us. Well, hopefully it'll never come to that, but thanks. So, tja, was kann man jetzt fragen? Und dieser Zaun hält also die Walker auf und sind wir die ersten Gäste und lass uns das Gebiet hier reparieren, beziehungsweise mal abchecken. Wir fragen erstmal nochmal nach dem Zaun. Huh. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? We got lots and we gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us? We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks and trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact. Okay, sind also nicht die ersten, ja. Na ja, dann, genau, wir haben herausgefunden, dass andere Überlebende auch schon auf der Farm waren, dann aber weitergezogen sind. Okay, na ja, dann lass uns das jetzt mal reparieren, ja. Mark und ich können euch jetzt mit diesem Perimeter helfen. Oh, gut. Der Fenster wird in etwa drei oder vier Sekunden stoppen, aber es wird überlebt, wenn wir die Husks rauslassen. Du weißt, Mark und ich können die Fenster selbst klären, wenn ihr hier bleiben wollt und mit den Generatorn enden mögen. Oh, well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough? Stay attentive. You never know. Hoffen wir mal, dass wir auch die wirklich in die northwest-Sektion noch wirklich finden. Ah, tun wir anscheinend, sehr gut. Ansonsten werden wir nämlich gegrillt, wenn wir das Ding anfassen. Den hochgetunten Sound. So, naja. Das Problem ist halt hauptsächlich mit diesem Sound, dass der irgendwann, dass es da halt kein Dingsens mehr geben wird. Und woher kommen die Pfeile vor allem? Lee, it's dead. Hatte nicht eine der Banditen? Eine Armbrust? Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Es brummt zumindest nix. Who do you think he was? Huh. At least it's not one of us. Okay, dann schmeißen wir... Nee, warte, erst mal den Pfeil angucken. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Ah, poor guy. Ich weiß nicht, was ihn zuerst hat. Der Ahrer oder die Fenze? Either way. Ich hoffe, er war bereits tot. Ich will den Pfeil haben. Ich will nämlich echt wissen, ob die eine Armbrust haben. Und tschüss. Scheint also auch zu funktionieren, als gehen und zu praten. Tja, ja genau, es bringt halt nichts ohne Sprit. We might need food, but the St. Johns need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Ah, da sieht der Zaun jetzt schon ein bisschen beschädigt aus, ha? Erstmal... Ah, nee, wir können den gar nicht angucken. Wir müssen sie direkt runterschieben. Ich will sie erstmal ein bisschen angucken lieber eigentlich. Ich vertraue dem Todsein doch nicht so ganz. Oh. 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 Oh, komm schon. Man, the fence burned right into its hands. I think they fused together. Ah. Nicht schön. You never get used to the smell, do you? Nope. Christ. I can't stop thinking about dinner. Would have been nice to get some of those rations. I get hungry too, you know. Ja, ich bin aber auch hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. Oh, da sieht der Zaun ganz gut aus. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Prächtig. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Ach komm, lass doch mal gucken. Vielleicht macht er ja doch was. Aha, das wird schon wieder so weg. Das geht doch schief, oder? Ne, es sieht irgendwie schon... Oh, fuck. Shit. What the? Get to the gate. Ab, ab in Deckung. Was zur Hölle? Was sind die Scheiß beim Diepen sind das? Oh, wenn du zu lange oben bleibst, dann schießen die auf uns. Okay, wir können nicht so lange rausgucken, sonst schießen die uns komplett ab hier. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das kann ich... Ah, okay, gut. Jetzt kann ich das Ding wahrscheinlich erst bewegen. Hört ihr wohl auf zu schießen? Na, dann probieren wir uns mal hier unsere Deckung zu bewegen. Klappt das noch nicht? Ne, klappt immer noch nicht. Müssen wir nochmal hoch und vielleicht... Ah. Na ja, aber jetzt... Da ist noch was. Ha, ha, ha. Ah. Shit, die Fins. Okay, also schön hier hinter dem Traktor bleiben. Sehen wir uns ja schon rumlaufen. Scheiße für euer Arrangement. Nein. Super. Ha, 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 ha. Die haben aber ganz schön viele Pfeile sich gebaut vor allem, ne? Ja. Und noch mal einer. Nicht so viele. Vor allem, weil eigentlich das Mädel ja die letzte war, ne? Aber die lag näher am Zaun. Ah, fuck you. Du müßig. Frisch scheiße, frisch scheiße. Ah. Das klingt trotzdem nischt. Ah, da folgt uns ja. Dann Kettler für das Zombie abschießen. Let's get out of here. Oh, shit. Ah, trau dich doch rein. Lee, was ist falsch? Ja. Wer hat den Zaun angemacht? Das hat doch Ehren angemacht, okay? Ja, das ist falsch, Mama. Ja. Ich werde okay, wenn es rauskommt. Aber Gott, das tut. Hey, ihr euch. Mark, oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Aero. Christ, are you going to be okay? Ja, ich bin okay. Ich sollte es einfach rauskuchen. Oh, nein, das mal. Komm schon, Brenda's got you. Komm schon in die Seite, jetzt. Wir haben euch alle auskuchen. Wow. Du musst du die Veterinärin. Was ist das? Wir haben ein paar Leute auf dem Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich denke, es war sie, die uns attacken. Sie haben uns ein paar Probleme in den Beginn. Sie haben ein paar von unseren Farmhänden. Wir konnten sie aufhören, indem wir ein Deal machen. What did you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice. But they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. So much for your deal. These shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry, Lee. If I had any inkling they were going to give you guys trouble, we would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Es gibt keinen Weg, dass wir diese Sons von B****** mit uns verlassen werden. Du kennst, wo diese A**hole sind? Sie sind schwer zu schrauben, aber ich denke, ich weiß, wo zumindest einer ihrer Camps ist. Wenn du bereit bist, das Bandit-Camp zu schrauben, komm und find uns. Also ein Banditen-Lager jetzt anhandgreifen. Das ist nicht sicher. Wir können hier nicht bleiben. Nicht sicher. Dieses Ort ist viel sicherer als das Motorrad. Ich denke, alle von uns und unsere Schäden können ein paar Punkten mit Bows und Arosen. Was wir müssen machen, ist ein Weg, um unsere ganze Gruppe hier zu bleiben. Wir müssen diesen Ort übernehmen, wenn wir müssen. Oh, cool your jets there, Rambo. Es sind schöne Leute. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. Ich gehe raus und helfe Dan dealen mit diesen Bandits. Ihr dürfte versuchen, zu machen Freunde mit Andy und Brenda, während ich bin. Well, das ist einfach. Ich habe Charme kommen aus meinen Augen. Ja. Das ist wirklich Charme, Dad. Wo ist Ben und Carly? Ja. Since Carly und Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back. Hey kids, look what Lee got working for you. A swing. I love swings. Just like at my tree house. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah. ...